Irgend so ein A-Loch macht das schon hier. Der glaubt mir alles. Der glaubt mir alles. Liebstahls. Da ist der Arm of the... Ja, äh, Sekunde. Wo ist denn da? Der ist, äh, oben. Ne, auf der Karte. Und der Stern ist. Ah ja. Der wird ja schon geschlagen. Zurecht. Böser, böser. Na, der ist ja draußen, oder? Kann er sein? Ja. Äh, jetzt seh ich ihn nicht mehr. Der ist ja gleich hinüber. Ja, ja, das ist scheiße angegeben hier. Weiß ich doch nicht, wo ich hier lang geholt. Aber die kommen ja relativ oft. Also, ich wusste nicht, wo da sein soll. Wo da? Ja, was du gesagt hast, da, oben. Keine Ahnung, wo es sein sollte. Auf der Minikarte oben, an der Spitze. Ja, dann hab ich gefragt, ob der draußen ist und wie draußen sind, da war aber nicht. Ja, draußen. Da, also hier ist relativ alles draußen. Ne? Der kommt aber gleich wieder. Ja. Ist ja die Treppe auch. Wenn du die Treppe auch gehst, dann ist er da. Aber diese Gefängnisse sind eigentlich auch nur dazu da, damit man ein bisschen schnell fertig wird, oder? Diese Gefängnisse, oben und unten, das ist ne Quest. Diese Illidari erhebbar. Oh, ich steh hier vor dem. Ich steh hier. Vom Rahmen auf. Ja, gut. Okay, wir holen jetzt alle auf den. Ja. Jetzt ist er weg. Ja. Der Lecker aus Leine, was ist das? Tja, der auch nicht. Kritt, äh, aber Minus Beweglichkeit, also um zu prickeln. So. Meine Klingen sind bereit. Meine Klingen sind bereit. Die Leute müssen... Achja, stimmt. Jetzt sieht's aus, dass ich zu einer Quest gehörte. Ja. J uebs. Wohlか keine Angreifen. Den Fohli ich mal selber. Sooo! Habe ich alle Gefängnisse auch gemacht? Ne, da eins ist nur... Rumpsti pumsti! Manchmal reagiert er aber nicht so. Ich glaube, es gibt so Mini-Lags, kann das sein? Das geht nur mit Doppelklick. Die Gefängnisse kriegst du nur mit Doppelklick. Aha. Naja, gut zu wissen. Hast du aber auch erst durch Rumprobieren erfahren, oder? Ja. Ja, ich dachte erst mal, irgendwas ist in meinem Account kaputt wieder. Jetzt sind hier schon wieder Gefängnisse. Hm? Ja. Ich glaube, die zählen jetzt aber auch nur noch einfach, um das schneller fertig zu kriegen. Ja, 3%. Ich glaube es wieder dazu. Ups. Dann mache ich die mal alle unten hier super schneller durch. 96%. 99%. Und auf die Tür. Fertig! Stufe 100! Ja, gezählt! Hu! Oh, Indy ist fertig. Siehste, weißt du, was ich vorhin geguckt habe? Ich wollte eigentlich mal sehen, ob... äh, was habe ich denn jetzt dazu bekommen? Ein Kerker, entsperrt einen Dämonen eine Minute? Äh, ja, also da ist der Moment, wo ich ja schon die Sachen aber auch aus der Leiste unten nehme. Weil... Die braucht man ja nicht... also ich spiele ja grundsätzlich mit. Ja, ich meine... ja, ich habe auch schon ein paar Sachen verschoben an einer anderen Position. Und was ist das denn jetzt hier? Klingentanz? Ne? Okay, das ist ein Voller. Das ist geil, der Klingentanz. Äh, was nehmen wir denn hier? Jetzt? Bei den Talenten... äh, bei den... Vorbereitet? Dämonenklinge? Oh, der... Dämonische Appetit? Ach so, Talente. Hm... Also der... ich habe gelesen, Dämonischer Appetit ist ja... äh... soll gut sein. Ja, aber... Ich glaube, ich habe den auch sogar genommen. Also ich nehme das jetzt erstmal, weil sowieso was passiert ist. Ne, ich habe den... den... äh... Ich habe schon genommen. Okay. Den Zug genommen, weil ich... ah, den Zug, weil ich den, äh, diesen Ruckzuck. Auch wenn Nutzer... Ruckzuck, Ruckzuck, Ruckzuck. 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 Ruckzuck, dieser Rachen, die richtige Ruckzuck. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber das bekommen wir. Hm, hm. Okay, ich glaube, hier ist jetzt fertig. Dann können wir abgeben. Jo. So. Klingentat, probiert das mal aus. Okay, ah, alles klar, habt's gesehen. Hm. Ja. Naja, war schon ein bisschen los. So. Jetzt mal raus hier, sonst... Ja, glänzt alles. Hier. Geht irgendwie raus, ne. rums die bummstig wir können natürlich hier lang ne ich würde gerne mal ein BG mit dem Ding hier ich weiß nicht, geht das schon? das sah so aus, nur dieser 1.5.10. ist hier random ach so, ja weil es gibt ja extra Talentpunkte für PvP hab ich gelesen ja, gab es ja irgendwie aber Elidan Sturmgrimm endlich treffe ich den großen Verräter er wird also Azeroths Untergang sein bald der Körper ist kalt doch seine Seele wehrt sich noch wir haben Arbeit vor uns bevor er bereit ist beeilt euch die Wächterinnen kommen und die Elidaren mit ihnen hahaha sie sind verzweifelt Elidaren ihr gehört nun zur Legion ganz schönes Großmaul irgendwie, oder? mhm der ist überqueter so Menü Menü Kordana dafür kommt ihr vor den Hohen Rat ihr könnt mich verurteilen Schwester aber ihr könnt uns nicht aufhalten mhm oh mhm ich kann keinen Dungeon rein äh, ich glaub wir können keinen Dungeon weil es ist der erste glaube ich, diese ganze Phase durchgehen. Nein. Uns fehlen Ausrüstungspunkte. Achso. Spieler gegen Spieler. Müssen wir die umballern? Ja. Okay. Machen wir vielleicht das zuerst. Welche Ausrüstung müssten wir denn noch haben? 680. Wir haben nur 675 respektive 676. Ha. Ach. Rachsüchtiger Rückzug. Mein Gott, jetzt ist aber die letzte Folter. Wer darf nicht kommen? Der ist wirklich gut. Ich habe da noch nichts gelesen. Fliegt auf einer Teufelsfiedermann zum oberen Teil des Verlieses. Na gerne, doch. Greift Gegner in der Nähe brutal an und springt fort. Aha. Okay. Ja, ich mache das demnächst wieder. Ein Kerkern. Ich glaube, das sind so sagt, Ein Kerkern wäre wohl nie als heute benutzt. Äh, habe ich schon aber benutzt. Das ist wie wie beim, äh, dort ist Ritter mit diesem Eis. Ja, äh, laufen wir? Ja. Müssen wir, ne? Die Kiddies. Ja. Fliegt! Oh Gott, wie der fliegt! Fliegt und siegt. Fliegt und siegt. Wo kommt das her? Ich kenne das. Ich kenne das auch, aber ich weiß nicht was. Na, ob du wie kennst. Wie? Stich? Halte die Stellung, Demonenjäger. Wir kämpfen für das Illiganznamen. Ja, irgendwie. Weiter, weiter. Hm. Hm. Ach, hier ist ein Rahmopter. Das weiß ich, wenn du nur hübsch. Ja. Ja. Mhm, 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 mhm. Wo springt der Grimm hin bei recht wichtigem Rückzug? Nach hinten. Das heißt, ich müsste jetzt, okay, ich probier's mal. Zack, 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 zack. Oh, tatsächlich. Ja, und dann kannst du wieder, äh, den normalen... Anstürmen? Oh, fuck you. Was wurde gefallen? Okay, ich sehe schon. Neuer Ring? Aha. Ne, Halskette. Gute Sache. Ah ja, wie sieht's denn jetzt aus? Äh, Gegenstandstufe... 675. Willst du mich verärschen? Aber ich wollte ja mal gucken, ob wir hier BG und so, ne? Äh. Hm. Wo war denn das? Kommt mal durcheinander. Also spezifisch geht... Ich weiß nicht was. Bonus-Schlachtfelder sind zufällige Schlachtfelder. Ach, das geht doch dann. Ja. Ach, da oben ist so ein Feature. Ja, das ist wahrscheinlich für die Ehrendinger da. Ja, komm. Ja, dann. Ach so, eine Rolle müssen wir auswählen. Ja. Didi. 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 Wie wurde es aus der PvP... Was, ich könnte... Weil ein Gruppenmitglied eine benötigte Quest, die hier abgeschlossen hat. Ja, dann können wir niemanden nehmen. Welche Quest? Weiß ich doch nicht. Irgendwas, äh, wahrscheinlich, äh, haben wir beide irgendwas noch nicht abgestoßen. Wahrscheinlich müssen wir erst durch die Phase auch. Komm mal hier. Ja, das wird es sein. Wir fliegen jetzt mit dem Drachen. Der ist ja mal fetzig. Also, dass es wieder muss. Ja, und jetzt wird's auch schön. Die Wahrlichkeit ist bewundernswert. Doch meine Dämonen haben Sachen verlies ein noch. Also, wie sehr jetzt hab ich nichts, äh, hässliches, wo denn du was oder um, erlebt. Okay, overall tile. Kersti abgibbi. Bums die, bums die hier. Oh. Blasershow. Aktiviert, äh, die Gegenmaßnahmen in der Eiskammer. Alright. Sprech das Schild des Starrens. Alles klar. Und hier, Madame. Stalle, ne Flammen. Tötet Immolant und beansprucht. Immolant, weil es sich wieder aussieht wie hier aus, ähm, der einen Annie. Hm. Sehr fiese das hier. Mit den Dranaida kommst du ja. Auch in Don. Mhm. Also die, die Hunderter. Bist du? Äh, eigentlich hinter dir vielleicht. Ja komm. So ziemlich jetzt. Und dann müssen wir hier rein. Äh. Ach, hier bist du. Mhm. Du warst mal kurz weg, deswegen dachte ich, wo sie denn jetzt sind. Da müssen wir rein. Hier müssen wir die Kugeln, äh, aktivieren. Aha. Warum macht der da so einen Scheiß auf den Boden? Damit wir nicht an die Kugeln reinkommen. Ja. Das ist irgendwie uncool. Hat das für dich gezählt? Heute nicht. Hab grad nicht geguckt. Bitte. Äh, ja, ja, zählt, 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 zählt. So, ja. So, jetzt wird er eingefallen. Jetzt können wir weiter. Das war's schon. Ja. Aussehen. Das Monster ist gefangen. Gehren wir zurück zu den anderen. Wie läufst du so schnell, oder mir kommt der so vor? Er kommt. Der kommt jetzt so vor. Ich hatte ihn bisschen vor. Spiegel gedreht. Mhm. Wir müssen jetzt gegenüber. Ja, machen wir alles mal ein Stück hier. Bumsti bumsti. Hier kommt dann nachher auch ein Aufzug. Also hier ist ein Aufzug. Alles klar. Ah, äh, da hinten sehe ich ihn ja. Mhm. Oh, ist gleich weg. Neun! Könnte man ja fast noch schaffen, ne? Nee. Das war ganz schön eng. Wie macht es denn? Aber fast definitiv beinahe. Er rennt. Pff, war knapp, ne? Mhm. Also. Ja, okay, lass den wieder auferstehen. Hier sind andere Spieler, Leute. Das war nicht witzig, das war sehr billig. Mhm. Aber schön, dass du trotzdem so lachst aus. Äh. Mittags. Ähm. Sup Party People. Okay. Au. Und doch noch ein Nickerchen kurz und, eyy, Digga, sup? Hallo, wie sief, kann ich mich. Kommt. Schlitzen. Puff. und der schnell weg weil aussieht, dass wir auf den Horn haben wir noch Helfer, die das auch machen ja, ich habe auch einmal jetzt so ein Kristall benutzt ob das was gebracht hat? Wollte nicht ach so, wir haben die Kristalle, nachher können wir die nicht mehr nutzen ja, solange sie noch da sind, benutze ich sie sonst habe ich hier Chance, vor allem, ach ja, Teufelskristall in Position so, eins fehlt noch, oder? ja, irgendwie hier so lang wo war das? so, irgendwie hier hoch, ne? ja, dann sinkt die Hut aus das Berg uns kam oh, oh, kann man da runterfallen? nein auch hier wieder so ein Krempel? oder? hier müssen wir einen Spiegel, glaub ich ja, verdrehen und das ist der hier ups ich will mir jetzt die Stiefel gleich nicht machen ich mach das nicht ich mach das mal Spiegel gedreht so und jetzt auf die Fresse, oder was? nein, nein, da müssen wir nichts machen irgendwo ist aber der ist aber cool, der sieht witzig aus was ist der denn? 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 hier hier so, jetzt ist es ab Anti-christliche Schwingen Oh ja, guck, da ist so ein Teleporter-Nachs Ja, da müssen wir auch So Siehst du alles neu an? Egal was es ist? Ja Ja, ist vielleicht gut, wenn wir jetzt noch eine Indie machen wollen Ich glaube, Beweglichkeit brauchen wir nicht so viel Nehmt den Aufzug, bla bla So, wie sieht's denn jetzt aus? Mein Gott Aufzug ist da, Aufzug ist da Aufzug ist da Aufzug ist da Ne, wir haben aufgesjumpt Naja, das bringt schon was, ne Wenn man schnell wohin muss Schnell in die Bahn Wieso haben wir den Hund dann nicht killen müssen? Da war doch so ein Feuerköter Ja Hm Hier ist ne Tour Oh, ich hab schon wieder irgendwas bekommen Chaos Nova Oh mein Gott, das muss man echt mal alles sortieren hier Oh Gott, ne? Hm So Witzig, witzig, wenn du fliegst und dann gegen die Wand plattstille, ne? Hm Jaaah Was haben wir denn hier bei uns? Hier werden wir gleich auch was wählen müssen Vielleicht zwischen Kein oder Altruis Mh Zusammen haben wir unzählige Dämonen verpflichtet Vertraut auf uns Illidan Was sagt uns das? Also Zu temponen musst du? Ja, ja, schon klar Hallo Wir haben unsere Brüder und fest am Gefühlen Wecken des Urteils amüsehenden Wir haben unsere Brüder, die wir liebten Sie verwüsteten unsere Häuser, Städte und heiligsten Orte Ihr wolltet sie aufhalten, doch ihr habt versagt Also kamt ihr zu mir In euch nichts als Hass und Entschlossenheit Und ihr erkanntet, dass Mächte, die euch einst peinigten, euer sein konnten Jetzt seht ihr Dass kein Opfer zu groß ist, um die brennende Legion zu Fall zu bringen Aber Fürst Illidan Dämonenenergie durchströmt unsere Adern Beherrscht jeden unserer Gedanken Was unterscheidet uns von den Monstern, die wir jagen? Ihr zweifelt an unserem Meister? Wir werden nicht feige auf unsere Schlechter warten Wie die Völker Azeroths Wir tragen diesen Krieg auf ihre Welten Und dort werden wir die Schlechter sein Dämonenjäger Ihr wart es, verdammtes Lord Asgott, mit seinem eigenen Reich anzugreifen Eure Mission ist gescheitert Eure Sache stirbt mit ihm Dämonenjäger Ihr wart eine vortreffliche Dienerin NIEMALS! Hm. Ihr wollt wissen, was uns von den Dämonen unterscheidet. Sie werden vor nichts halt machen, um unsere Welt zu vernichten. Wir werden alles opfern, sie zu beschützen. Die Legion wird von diesem Sieg erfahren. Und sie wird euch fürchten, meine Igari. Jetzt mit ihr, was euch erwartet. Da ist das schön. Das gefällt dir. Das könnt ihr den ganzen Tag angucken, ne? Geht zu. Ich mag diese Filme. Ich könnte mir von jedem der Teile von vorne anschauen. Und jedes Mal kriege ich an gleichen Stellen Gänsehaut.